Darum geht es genau bei dieser Methode Visualisieren und Imaginieren, dass wir uns öffnen für die Stimme des Herzens. Panik bringt nichts! Wir organisieren uns! Hallo zusammen! In diesem Video sage ich etwas zur Bewusstseinsentwicklung. Weil jede Veränderung beginnt mit Bewusstseinsentwicklung. Wenn wir etwas Neues kreieren wollen, beginnt das in unserem Kopf und in unserem Herzen. Und ich beziehe das jetzt auf Gruppen, Projektgruppen, Wohngruppen, Gemeinschaften oder politische Gruppen. Überall, wo Menschen zusammenarbeiten. Wenn wir uns weiterentwickeln wollen, gibt es meiner Meinung nach drei Stufen. Bei Gruppen, die eine allgemeine Ausrichtung haben, beginnt man am besten mit einer Verbesserung der Kommunikation. Eine neue Kommunikationskultur kreieren. Und dazu eignet sich meiner Meinung nach am besten soziokratische Moderation einzuführen. Das geht eigentlich für alle. Weil alle haben ein Interesse an einer besseren Atmosphäre in der Gruppe. Wir haben ein Interesse, dass wir uns nicht ständig streiten oder zerstreiten. Sondern dass wir so miteinander umgehen können oder lernen, dass es uns auch Spass macht, dass wir Freude haben, zusammenzuarbeiten. Die zweite Stufe ist schon etwas schwieriger. Da geht es darum, wie können wir unsere Konflikte konstruktiv bewältigen. Ohne dass wir uns attackieren, ohne dass wir gegeneinander kämpfen und uns gegenseitig fertig machen. Das können die wenigsten. Dazu braucht es aber eine Gruppe, die keine Aversionen hat. Gehen wir weg mit dieser Gefühlsduselei. Damit will ich nichts zu tun haben. Mit solchen Leuten geht es natürlich nicht. Es geht nur mit Leuten, die auch offen dafür sind, wie können wir unsere Konflikte konstruktiv bewältigen. Die dritte Stufe ist noch etwas schwieriger. Das geht nur für Leute mit einem spirituellen Hintergrund. Das ist aber auch die ergiebigste Stufe. Wenn man das erreicht, wenn man das schafft, dann kann man in viel kürzerer Zeit viel mehr erreichen. Und die dritte Stufe ist zu lernen, unsere Schöpferkraft bewusst zu fokussieren auf das, was wir möchten. Auf unser Leben, auf unsere Projekte, was auch immer. Im Idealfall schaffen wir es, dass wir unsere Realität selber kreieren und uns nicht steuern lassen von oben, von der Gesellschaft, von Medien oder was auch immer. Und dazu finde ich die einfachste Methode, die beste würde ich jetzt nicht sagen. Vielleicht gibt es noch bessere. Aber die beste, die ich kenne, finde ich visualisieren und imaginieren. Dazu gibt es tausend Bücher, ganz viele Workshops, ganz viele Therapeuten und Therapeutinnen, die sich mit dem Thema visualisieren und befassen. Und ich habe mich selber jahrelang damit auseinandergesetzt, weil mich das Thema fasziniert. Nach Armin Risi sind wir alles Schöpferwesen. Wir sind alles göttliche Wesen mit Schöpferkraft ausgestattet. Aber die wenigsten wissen das, die wenigsten sind sich bewusst, dass wir eine sehr starke Kraft haben, die wir nutzen können. Und die meisten nutzen es nicht. Und es geht darum, bei dieser dritten Stufe, visualisieren und imaginieren, diese Kraft zu nutzen. Dazu braucht es die Fähigkeit, dass man wechseln kann zwischen Kopf und Herz. Und dass man sich bewusst wird, wann bin ich jetzt im Kopf und wann bin ich im Herz. Weil die wichtigen Informationen, die kommen übers Herz. Und wir sollten eigentlich anstreben, dass das Herz an erster Stelle steht. Der Kopf ist da nur das ausführende Organ. Der Verstand ist sehr wichtig. Den sollte man auch nicht kleinreden oder schlechtreden. Aber der Kopf ist ein guter Manager, ein guter Organisator. Aber die Impulse, die kommen vom Herzen. Und darum geht es genau bei dieser Methode, visualisieren und imaginieren, dass wir uns öffnen für die Stimme des Herzens. Wie das genau geht, sage ich in einem speziellen Video. Also wer sich interessiert, sich in seiner Persönlichkeitsentwicklung voranzubringen oder seine Gruppe, sein Projekt, seine Mitarbeiter, seine Mitaktivisten weiterzubringen, sodass die Zusammenarbeit fruchtbar wird und mehr Spass macht. Der kann sich gerne bei mir melden. Ich komme vorbei und mache mit euch solche Imaginationen, solche Visualisierungen. Alles auf Spendenbasis. Also ich wünsche euch eine gute Zeit. Tschüss zusammen. Wir organisieren uns. Deine